Es fallen bei uns viele Lügen, wie Hagel von oben nach unten. Die haben der einfachsten Wahrheit ihr schönes Gesicht zerschunden. Es ist die einfachste Wahrheit, der Mensch sei sein eigener Herr. Es ist die schwerste Lüge, dass das bei uns schon so wär. Das hältst du doch im Kopf nicht aus, das gibt's doch nie im Leben. Kleine Leute stehen schlecht, wenn sie sich nicht erheben. Kleine Leute stehen schlecht, wenn sie sich nicht erheben. Die Walzwergarbeiter, sie streikten. Das fanden die Herren unerhört. Da haben die Walzwerkbesitzer die Arbeiter ausgeschmert. Und was sind das für Leute, die ständig nach Menschenrecht schreien? Die Herren, die Arbeiter aussperren nie, sperren auch Arbeiter ein. Was hältst du doch im Kopf nicht aus, das gibt's doch nie im Leben. Kleine Leute stehen schlecht, wenn sie sich nicht erheben. Kleine Leute stehen schlecht, wenn sie sich nicht erheben. Es waren ein paar Unternehmer, die hielten sich einen Start. Er hat ihnen vieles gegeben, was er vielen genommen hat. Doch gibt es noch andere Staaten, dort nehmen sich alle was raus. Dort nehmen sich alle zusammen und sind auch die Herren im Haus. Was hältst du doch im Kopf nicht aus, das gibt's doch nie im Leben. Kleine Leute stehen schlecht, wenn sie sich nicht erheben. Kleine Leute stehen schlecht, wenn sie sich nicht erheben. Kleine Leute stehen schlecht. Vielen Dank.